Ja, für einmal gehen wir raus aus dem Studio K19 direkt rein, hier ins Porsche Zentrum in Rangweil. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ISG Golf Talks. Ja, wir sind in Rangweil, das aus einem bestimmten Grund, denn es geht ziemlich genau noch einen Monat, dann findet hier das erste Turnier der ISG Golf Trophy 2021 statt. Und das wird das grosse Thema, der Golf Club Montfort hier in Rangweil in der heutigen Sendung. Und dazu habe ich wieder zwei ganz tolle Gäste bei mir, die ich kurz vorstellen möchte. Zum einen Günter Heberlin, ich bin froh, bist du heute da, das letzte Mal ein bisschen verhindert. Deine Frau Doris hat dich hervorragend vertreten. Schön bist du hier, du bist der Gründer und Inhaber der ISG Indoor Sports GmbH. Herzlich willkommen, Günter, schön bist du hier. Hallo. Und diesen Mann, den muss ich wohl kaum mehr vorstellen. Viele kennen ihn schon im Vorarlberg, er ist Unternehmer, Golfmacher, Golfvisionär und Präsident des Golf Clubs Montfort in Rangweil, Dr. Richard Fischer. Hallo. Schön bist du da. Hier in diesem tollen Porsche Zentrum. Wir konnten schon mal ein bisschen Luft schnuppern. Es ist richtig offen, frisch hier. Es wurde erst im Februar dieses Jahres eröffnet. Und damit Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein bisschen Einblick bekommen, wo wir hier sind, dies da zum Anfang. Der Andrang in den ersten Wochen war super. Die Kunden sind sehr, sehr angetan. Ja, sie fühlen sich wohl da. Die finden die Atmosphäre sehr angenehm. Das selbe ist auch bei den Mitarbeitern der Fall. Also bis jetzt, muss man sagen, sind wir sehr, sehr positiv überrascht. Ja. Funktioniert zum Beispiel. Sehr zentral gelegen auch. Also optimal natürlich von der Autobahn und vor allem, dass man in Wien ist. Wir wollten einfach zentral, wirklich mitten im Land sein. Mit guten Autobahnanschlüssen in alle Richtungen, dass man gut herkommt und wieder wegkommt. Und wie gesagt, ich glaube, das haben wir da optimal verwirklicht. Ein Blickfang herinnen, das grüne Modell. Ja, man muss auf und so mutig sein. Also als Sportwagenmarke, so wie das Bosch ist, darf man, glaube ich, ruhig auch einmal mit ein paar Farben glänzen. Und wenn man sich hierher umschaut, also wir haben wirklich gelb, wir haben grün, wir haben Kreide. Also ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen ein Blickfang und einmal ein bisschen was anderes. Der Golfer ist auch eigentlich ein bisschen der Porsche-Fahrer, der mit dem Cario unterwegs ist. Also definitiv. Ja, ich meine, das liegt natürlich für uns auf der Hand. Ich meine, es sind sehr stark überschneidende Zielgruppen. Wie Sie sagen, also viele unserer Porsche-Kunden sind auch passionierte Golfer. Und insofern passt es natürlich perfekt zusammen. Und ich denke, durchaus, dass der eine oder andere das Auto bei uns abgeben wird für den Service und während er auf das Auto wartet, der Runde Golf spielt. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann werden wir es vielleicht dann auch so machen, dass man Sie dann beim Golfturnier vielleicht auch antreffen werden. Ich bin sicher sehr gern dabei, ja. Wir haben gesehen, auch am Samstag können Sie besuchen. Ja, also wir haben am Samstag den Verkauf von 9 bis 12 geöffnet und freuen uns natürlich auf jeden, der vorbeischaut. Also es ist jeder herzlich willkommen, auch wenn es nur zum ein bisschen gustieren ist auf dem Kaffee. Wie gesagt, wir freuen uns über jeden, der vorbeischaut. Wir haben es gesehen, diesen grünen Porsche. Wie mutig seid ihr eigentlich bei der Autowahl? Ihr seid ja beide auch sehr gute oder sehr große Autofans, Richard. Ja, also die Wahl, die ich treffe, kann mitunter schon mutig sein. Meine letzte Sünde war ein silberblauer Ferrari. Ah, das ist schon ziemlich gewagt, oder? Ja. Heisst das auch mutig im Leben, mutig bei der Fahrwahl? Ist das so der Mut, der generell ein bisschen durchschlägt bei dir? Mut ist etwas übertrieben. Ich würde eher sagen, ich muss überzeugt sein und es muss in mein Leben passen. Und nachdem ich 30 Jahre eine Maschinenbaufirma geleitet habe, habe ich mir gedacht, ist silberblau gepaart mit dunkelblau eine schöne Farbe, die dazu passt. Passtend, ja. Günther, du bist auch Autofan? Auch so mutig? Nein. Grün wird es nie bei einem Auto bei dir? Wohl, wenn ich diesen Porsche sehe, ja wohl, gerne. Hätte ich den gerne bei mir in der Garage. Aber ich bin eher da, der, der ein pflegeleichtes Auto möchte. Und die Lackierung ist immer in diese Richtung gewählt, dass es möglichst schmutzschonend sein sollte. Und welche Farben sind deine Farben? Grau, Silber in dieser Richtung. Toll, ja. Du bist Autosammler, hat man, glaube ich, gelesen. Ja, Sammler ist übertrieben, aber ich hatte immer schon... Wie sieht deine Sammlung aus? Kannst du zu etwas sagen? Ja, das ist übertrieben. Also, wie schon gesagt, ein Ferrari Spider und schon seit 20 Jahren ein Z8. Wenn ich einmal ein Auto auswähle, dann halte ich dem immer große Treue, dann eine Jugendsünde noch aus 1983, ein Alfa Spider. Damals hat es nur noch vier so Cabrioles gegeben. Auch silberblau damals, auch dunkelblau als Komplimentärfarbe. Durchgezogen. Zum Beispiel, ja. Was fasziniert denn euch an schnellen Autos? Ist das die Technik? Ich meine, du kommst ja von der technischen Seite her, oder ist das die Ästhetik oder schnell Autofahren einfach? Was ist das so, Günther? Ja, es ist einfach Elan, sportlich. Man ist gern kurvenreich unterwegs. Also schon ein bisschen Gas geben. Und möchte diese Kurven auch schnell ausfahren. Also da ist schon ein tolles Auto natürlich eine schöne Sache. Aber wie gesagt, ich fahre eher ein schwächer motorisiertes Auto. Du fährst gerne schnell. Ja, also hat es schon Zeit gegeben, wo man die Grenzen ausgelotet hat. Wobei man sagen muss, wir haben das Glück hier, dass wir Bergpässe haben. Weil nur auf der Autofahren sehr, sehr schnell zu fahren ist eigentlich nur gefährlich und schweisstreibend. Aber unsere Pässe, auch die Schweizer Pässe, die laden schon ein. Und da leben wir in einem Eldorado. Ja, im Clip wurde ja genannt, dass Golfer ja sehr gerne auch Porsche fahren. Bist du anverstanden, diese Aussage, Richard? Ja, absolut. Ich meine, einerseits ist Porsche sehr, sehr sportlich, aber auch sehr zuverlässig. Und für mich bei uns zu Hause sind zwei Porsche die Arbeitspferde. Du musst das ja sagen, oder? Nein, ich habe wirklich zwei Porsche als Arbeitspferde und die arbeiten sehr, sehr zuverlässig und machen Spass. Du bist ja lange Zeit Unternehmer gewesen, du hast es angetönt. Du bist CEO, Verwaltungsrat, Präsident der VAT gewesen. Du hast mal gesagt, dein Leben hat so drei Inhalte. Einerseits bist du immer noch berufstätig, Business als Verwaltungsrat. Andererseits diese Golfgeschichte, auf die kommen wir gleich. Aber du machst auch soziale Projekte. Was sind das für Projekte? Ja, also die Überlegung dazu war die, dass ich mit viel Glück, ich hatte ja nichts, mit dem ich begonnen habe, also wirtschaftlich habe mir alles selber arbeiten müssen, aber auch dürfen. Und das geht natürlich nur in einer glücklichen Zeit und mit einer sehr guten Ausbildung, die mir meine Eltern und auch der Staat ermöglicht haben. Und dann fängt man schon irgendwann an Nachdenken und sagt, wie kann man das auch zurückgeben. Und meine Lösung dazu war, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht quasi das Elend bekämpfen, sondern es verhindern. Und das geht am besten, indem man Berufsschulen erbaut. Und da haben wir eine sehr gute Kooperation mit Jesuiten. Mein Bruder ist ja auch Jesuit. Die haben entsprechende Lehrerausbildungssysteme und da fehlt es oft an den Finanzen. Und da springe ich ein und versuche dann große Berufsschulen für zwei, dreihundert Leute zu finanzieren, damit nachhaltig geholfen wird. Sehr schöne Geschichte, ja. Den Leuten, die das Zurückgeben der Gesellschaft auch etwas zurückgeben, dass du mit deinem Glück und Erfolg, den du auch haben konntest. Aber das Golf ist eine andere Geschichte. Da ist ein bisschen Leidenschaft dabei, oder? Auch, sowohl als auch. Zum Zurückgeben gehört nicht nur Soziales, sondern ich sage das immer ein bisschen Dienst an der Heimat. Den Golfplatz oder Park, der wurde ja so konzipiert, dass er möglichst die Leute in die Bewegung bringt. Weil es wird immer, die Leute werden immer älter und sie sollten aber gesund älter werden. Jeder Arzt sagt, du musst dich bewegen und zwar den Geist und den Körper. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, bei diesem Wolfpack, und das ist immer fast schon die Ausnahme, da wird gelaufen. Da gibt es keine Cards. Der Platz ist eben. Die Leute sollen laufen. Sie sollen für ihre Gesundheit etwas tun. Und ich habe den bewusst so gemacht, dass ich nicht auf Ertragsmaximierung in Form Vermietung von Cards Wert lege, sondern dass die Leute laufen müssen. In einer vorhergehenden Sendung habe ich das mal erwähnt. Ich kann die Frage euch auch nochmal stellen. Es gibt eine Studie, die Schweden sagt, Golfspieler leben länger, weil sie eben viel laufen. Und das in einer Herzfrequenz drinnen, da das sehr angenehm ist und sehr gesund ist. Ja, das ist das, was ich auch immer sage. Laufen. Bewegung. Wer sich bewegt, lebt. Wer nicht mehr sich bewegt, lebt wahrscheinlich nicht so lang. Und ich sage immer, es ist egal, ob du freiwillig gehst, ob du einen Hund hertust oder mit dem blöden weißen Ball spielst. Der Vorteil mit dem blöden weißen Ball ist, du kannst ihn dann herausholen, wenn es dir passt, wenn man also auf Reisen geht. Dann muss niemand sich um den Hund kümmern. Und das zweite ist, wegen dem kleinen blöden Ball geht man auf einmal zehn Kilometer laufen. Eine runde Golf ist zehn Kilometer laufen. Man trifft sich mit Leuten, wo man sich vielleicht sonst nicht mehr treffen würde. Man bewegt sich, man sozialisiert und das sogar oft einmal noch bei schlechtem Wetter. Also das kleine Bällchen zusammen mit dem Ehrgeiz, den man haben, ist fantastisch. Fantastisch, ja. Und da wurde etwas auch Fantastisches erreicht hier mit deiner Initiative und deinem Engagement. auch finanzieller Art und Weise. Und über zehn Jahre hat es gedauert, bis der ganze Golfpark hier, so wie es Richard so schön nennt, fertiggestellt wurde. Mittlerweile ist es ein wunderschöner Schmuckstück, das Natur und Menschen verbindet und auch immer mehr Mitglieder anzieht. Wir haben ungefähr 680 Mitglieder. An einem guten Tag spielen so 250 bis 300 Leute auf dem Platz über den Tag verteilt. Und so im Jahr sind es dann schon um die 30.000, 35.000 Runden, die da gespielt werden. Ein ganz tolles Teil, dass bei uns auch die Mitglieder sehr, sehr sportlich eingestellt sind und auch wirklich Turniere spielen. Während des Turniers kann man auch die Handicap verbessern und das wird sehr, sehr reg in Anspruch genommen. Also bei uns ist es wirklich so, dass wenn am Samstagsturnier, wenn das Wetter halbwegs gut ist, immer zwischen 100 und 120 Teilnehmer sind, was ein schönes Feld ist. Wir finden da bei uns alles, was das Golferherz höher schlagen lässt. Wir machen das jetzt schon seit 10 Jahren mit dem Geschäftspartner Armin Hertlein von Cosmos Golf. Wir haben da mit 40 Quadratmetern angefangen, haben das über die Jahre sukzessive erweitert. Mittlerweile haben wir 230 Quadratmeter Shop da und sind on course die größten quasi in Österreich. Wir haben da jetzt gesehen, können da die Leute jetzt testen, sich die Schläger personalisieren lassen, anfitten lassen, sagen wir jetzt so. Und das sind jetzt die drei Top-Marken, was wir jetzt da vertreten haben. Das ist das XXO, das ist die japanische Marke, dann haben wir das Callaway und das Tailor-Mate. Das kann jeder kaufen, wir haben da Testschläger da, jeder kann probieren. Man zahlt eigentlich 12 Euro Range-Fee, den kann man die ganzen Teststationen da benutzen. Das heißt, Driving Range oder Putting Green oder Chipping Green, das kann man alles benutzen. Und wenn man den auf dem Platz will, muss man halt Green-Fee zahlen. Dort muss man den auch mitglitzieren, bei einem Club. Wenn ich Informationen möchte über einen Golf-Club oder Golf-Club Monfort, wo kriege ich die? Einfach bei uns im Sekretariat in Rhein-Quell anrufen. Wir haben die Mitarbeiter, die dir gerne eine Auskunft geben oder per E-Mail steht auf unserer Homepage www.golf-monfort.com. Da findet man die Kontaktdaten und auch weitere Informationen. Wunderschöne Bilder haben wir gesehen von diesem Golfpark. Da komme ich darauf zu sprechen. Aber zuerst möchte ich noch etwas erwähnen. Und zwar, ich habe gelesen, deine Golf-Faszination kam in Amerika auf einer Dienstreise. Und ich würde mal so sagen, du warst eher so ein bisschen genötigt, weil da war so am ersten Tag, es war eine Geschäftsreise, am ersten Tag war Golfspielen, zumal ein bisschen aufwärmen. Am zweiten Tag waren Preisverhandlungen. Du konntest nicht Golf spielen und die Verhandlungen liefen nicht gut. Ist das richtig? Ja und nein. Also die Verhandlungen liefen gut, aber mich hat geärgert, dass ich nur für niedere Preise geplagt wurde und nicht das Vergnügen des Golfspiels vorhatte. Das hat mich geärgert. Also du hast nicht Golf gespielt, nur quasi die Preise verhandelt. Ja, mangels damaliger Fähigkeit. Und dann hat die Faszination begonnen und auch die Idee dieses Golfparks hier in Rangweil. Erklär uns mal, nimm uns mal mit in deine Vision. Warum hast du das gemacht und was steht da dahinter? Ja, damals habe ich gesehen, dass diese Golfparks immer schöne, naturbelassene Umgebungen waren. Auf unterschiedlichste Art, aber immer schön. Und ich habe mich überlegt, das wäre zu Hause auch gut, wenn man so etwas hätte. Und die Frage war natürlich wo und was ich festgestellt habe in Vorarlberg, aufgrund des Druckes auch der Landwirtschaft natürlich, sind die Golfparks immer irgendwo in den Bergen. Vielleicht touristisch begründet, aber bei uns nicht dort, wo die Leute leben. In Vorarlberg leben von den 400.000 Leuten hier 300.000 im Rheintal. Von unseren damaligen fünf Plätzen war keiner hier. Die Leute mussten auspendeln nach Deutschland oder in die Schweiz, was ja auch nicht gut ist. Die Leute sollten hier spielen. Die Jungen können ja gar nicht anders, weil sie keine Autos haben. Aber auch für die Erwachsenen ist es natürlich besser, wenn sie dort spielen können, wo sie leben. Also die Lage war sehr zentral. Aber auch die Idee dahinter, du sagst, ich habe es gesagt, Golfpark. Es ist kein Golfclub, kein Golfplatz, sondern das Golfpark. Und wenn man da mal rumläuft hier, dann weiss man, was das heisst. Es sind ja unglaublich schöne Seen und unglaublich schöne Landschaften. Es wird angebetet zwischen Natur und Mensch. Wo hast du diese Idee her? Ja, einerseits ist es so, wenn ich mit etwas anfange, dann fange ich immer an zu denken. Und wenn ich denken anfange, dann kommt es meistens zu neuen Lösungen, oder? Und das andere ist natürlich, wenn ich mich mit etwas auseinandersetze und lebe ich hinein, dann fange ich an, das vor meinem geistigen Auge aufzubauen. Dann kann es sein, dass ich auf einen Mülleimer hinaufsteige, damit ich die zukünftige Blicksituation der Terrasse habe. Dann stelle ich fest, dass vielleicht noch ein paar Bäume fehlen. Dann stelle ich fest, dass man dies und das machen müsste. Und so fange ich an, das Ganze zu entwickeln. Ich mache Fotos, ich skizziere Dinge hinein. Ich möchte bei Bäumen, wenn sie gesetzt werden, von jedem genau den Platz wissen. Aber nicht nur das, ich möchte wissen, wie hoch wird der im ausgewachsenen Zustand. Ich möchte wissen, welches Farbbild hat der im Herbst, damit ich im Herbst zumindest einen Monat lang eine wunderbare Postkartensituation habe. Und die Summe von all solchen Details macht schön oder weniger schön. Okay, das sind ja unglaublich viele Vorstellungsvermögen, wie das aussehen soll, und sehr viel Kopfarbeit, sage ich mal. Das hat lange gedauert. Ja, das ist halt so, das ist bei allem so, wenn man etwas grundlegend angehen will und sehr detailliert angehen will, dann braucht es lange. Ich habe zum Beispiel auch rund um die Welt geschaut, was machen Leute auf anderen Golfparks falsch? Wo sind die Fehler? Wo ist ein Waschplatz, der nicht funktioniert? Wo ist eine Logistik, die nicht funktioniert? Was sind alles die Fehler? Und aus dem heraus entwickle ich dann Lösungen und überlege mir jede Nacht etwas anderes. Eine Nacht bin ich zum Beispiel ein Grimfi-Spieler, der da kommt und sich nicht auskennt. Eine andere Nacht bin ich der Müllabfuhrfahrer und stelle fest, die Radienstimmen ja gar nicht. Und ich muss vor dem Klubhaus etwas abholen. Ist doch viel gescheiterer, ich hole es hinten ab. Und so gehe ich verschiedene Funktionen durch. Und am Ende vom Tag habe ich natürlich eine Lösung, die für viel mehr Interessierte, die dahinter kommen und gehen, funktioniert, als wenn ich das nicht machen würde. Und die Architekten machen ihnen das nicht. Das müssen sie schon selber machen. Das ist die harte Arbeit schlussendlich. In jedes einzelne Detail reinblicken. Günther, was gefällt dir am Golfplatz hier, oder am Golfpark, Entschuldigung, so sehr in Langweil? Ja, grundsätzlich, es gibt natürlich unglaublich tolle Signature-Holes. Wenn ich das Loch 14 hernehme, oder auch das Loch 18, das gefällt mir irrsinnig gut. Was mir gefällt, ist einfach auch, dass wir ebenerdig flach spielen können, trotzdem immer wieder verschiedene Bodengegebenheiten oder Bodenbeschaffenheiten haben, die doch dann auch wieder einmal in eine schiefe Lage stehen lassen. Und es ist also nicht alles Bretterleben, sondern es gibt sehr wohl auch tolle Hügel, viele Bunker. Also man muss auch wirklich sehr, sehr genau spielen. Zum Teil sehr, sehr lang. Also wo das Dreierholz auch auf dem Fairway einmal verwendet werden darf. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Was immer wieder eine große Herausforderung in Langweil ist, ist der Wind. Es kann auch sein, dass ich einmal bei einem 140 Meter Loch ein Eisen 6 verwende. Und das nächste Mal brauche ich vielleicht doch sogar ein Fünferholz, um das Loch spielen zu können. Und er ist sehr, sehr vielseitig und ich kenne den Golfplatz seit der Gründung. Also wir haben bei der Gründung unsere Hochzeitsfotos im ersten Jahr auf dem Golfplatz in Langweil gemacht. Deshalb auch dieser Park. Es ist sehr, sehr faszinierend. Und ganz wichtig, glaube ich, dass ich noch erwähnen muss, es ist ja nicht nur für Golf das Ganze. Es sind auch für die Menschen, die einfach ein bisschen da sich erholen möchten und von dieser Landschaft auch mit geniessen wollen. Zwei Punkte möchte ich noch ansprechen. Zum einen die Wagyu-Rinderfarm. Die grösste ist das. Reinrassige, habe ich gehört. Wie kommt es dazu? Golf und Beef, das ist auch eine spezielle Verbindung. Also der Auslöser war, dass der Landwirt dort nach Deutschland wegziehen wollte. Und für mich war wichtig sicherzustellen, dass unmittelbar neben dem Golfpark wir nicht Streit haben und Schönheit haben. Und das war der Grund, warum ich das kaufen musste, nachdem ich die Möglichkeit hatte. Und dann kam die Frage auf, was für Tiere wären am geeignetsten. Jetzt wollte ich einerseits, habe ich mir Mangalitze angeschaut, aber beim Schwein sind zu viele Teile, die nicht hier, Kammelschmalz ist hier eher nicht so bekannt wie in Wien. Und dann war die Idee, einerseits war ich ja in Japan, habe hier eine Firma gegründet und damals vom Kobe-Beef begeistert. Und andererseits in Amerika natürlich diese satten Steaks von Angus. Und da war die Idee, sollte man doch beides kreuzen, würde das ein großes und schön marmoriertes Fleisch geben. Da wurde mir gesagt, das geht so nicht, entweder ganz oder gar nicht. Also völlig reinrassige Kobe-Beef, Wagyus mit dieser schönen Marmorierung wären ideal. Das habe ich mir dann zu Herzen genommen und habe geschaut, wo bekomme ich die besten Gene. Weil die sind ja verboten zum Exportieren, das ist ein Kulturgut in Japan zum einen. Und zum anderen wollte ich das noch zusätzlich im Bio machen, weil im weiten Umkreis gibt es keinen Biohof mehr. Und mir war es wichtig, dass nicht nur der Golfpark sehr viel Natur hat, sondern auch wenn ich schon eine Landwirtschaft betreibe, diese mit den besten Genen, mit den besten Futtermitteln und auch Bio führe. Das war die Überlegung. Und dann schließt sich der Kreislauf, weil ich habe zum Teil zweimal gewiesen auf dem Golfpark, die werden nur zweimal gemäht und nicht gedüngt. Das beste Futter, das es gibt, mit den besten Genen, führt zum besten Fleisch. Und das können wir dann auf unserer Restaurantterrasse bestens zubereitet essen. So schließt sich der Kreis. Da sieht man wieder Günther, der Perfektionist, durch und durch, auch bei diesem Beef, bei dieser Rindergeschichte. Ganz tolle Geschichte. Kann Genossen werden im Clubhaus oder Clubrestaurant und das ist auch etwas Spezielles. Wir haben es gesehen im Film, die ganze Architektur, schon etwas Einmaliges. Wie ist das entstanden? Ja, auch wieder im Versuch einerseits etwas zu machen, das sehr gut in die Landschaft passt. Zum einen und zum anderen, dass es auch logistisch perfekt ist. Weil bei allen Gebäuden ist mir wichtig, dass einerseits die Schönheit stimmt, aber andererseits auch die Funktion. Schönheit ohne Funktion ist nicht mein Ziel und nur Funktion ohne Schönheit auch nicht. Und ich habe auch mit Wolfgang Mehr einen sehr guten Partner gehabt, der architektonisch sehr viel gestaltet hat. Und wir haben gemeinsam dann eine sehr in die Landschaft integrierte Lösung gefunden. Etwas wagemutige auch. Aber ich glaube, sie wird von allen sehr anerkannt und macht allen Spass. Und hat sich jetzt schon über viele Jahre auch in der Praxis sehr gut bewährt. Ja, sehr imposant, sehr schön. Aber die ganze Region hier um den Golfpark herum, die wächst ja immer mehr. Mittlerweile wird ja wieder gebaut, Günther. Das Firmament entsteht, das ist ein Business-Hotel. Da ist nächsten Sommer dann die Eröffnung. Für die Golf-Trophy auch ganz ein wichtiger Punkt. Da wird dann am 13. November dann die Abschlussskala und so weiter gemacht. Vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu sagen? Ja, der Ernst Seidel ist ein guter Partner und ein wichtiger Partner für unsere Golf-Trophy. Er baut da ein neues Golf- und Business-Hotel mit 130 Zimmern. Ganz imposant. Und er nutzt natürlich auch wiederum die Golfplatznähe, um seinen Business-Kunden auch die Möglichkeit zu geben, dass sie neben ihrem Beruf auch am Abend noch schnell eine Runde Golf spielen können. Passt hervorragend zusammen. Und da schauen wir uns mal an, wie es aussieht. Bitte schön. Firmament hat was mit keine Grenzen nach oben offen zu tun. Das heißt, es gibt bei uns keine Limits. Limits stehen eigentlich nur im Kopf. Sondern wir werden Freidenker sind. Wir werden Freigeister sind. Also das ist ein ganzer Multikulti-Konzept. Es ist ein Pizza-Pasta-Konzept. Sprich, wir stehen da direkt vor unserer Showküche, wo dann zum Teil internationale Köche sich das Land präsentieren. Durch unsere olympischen Einsätze haben wir da ein sehr, sehr großes Netzwerk. Also wir sehen uns als Ausgangspunkt. Wir sind nicht das romantische Hotel im Bregenzer Wald oder im Montafon. Aber wir sind der Ausgangspunkt. Und wir haben natürlich mit dem Golfplatz der Fußläufe direkt da drinnen. Der ist ein paar hundert Meter da drinnen. Wir sind mitten drin im Epizentrum. Und natürlich haben der Schweizer und der Lichtersteiner Grenze. Also Standort ist definitiv einer der großen Vorteile und Erreichbarkeit, was wir da haben. Wir haben knapp 150 Zimmern, die sehr cool und hochfunktional ausgerichtet sind oder eingerichtet sind. Wir haben eine Eventhalle, wo man mit 800 Leuten sogar ein Konzert machen kann. Wir haben da eine Küche, die ausgelegt ist auf ca. 2000 Essen pro Tag. Sprich, wir werden nach wie vor um die 200 bis 300 Außenevents haben für unsere Kunden, ganz klar. Die über drei Lkw-Laderampen ausgehen. Aber natürlich geht von da an die kulinarische Betreuung für das Hotel mit 150 Zimmern. Für das Restaurant mit über 200 Sitzplätzen und natürlich auch für unsere Eventhalle. Wo führt die Reise hin? Also grundsätzlich ist es immer noch wie am allerersten Tag. Wir wollen Menschen glücklich machen. Wir wollen Firmen zum Erfolg verhelfen, sodass ihre Mitarbeiter, wenn sie zu uns kommen, nach zwei bis drei Tagen super geschult sind, Teambuilding-Maßnahmen durchgeführt haben und einfach erfolgreich wieder ihrem Tagesgeschäft nachgehen können. Zu welchem Datum werde ich am Marktplatz sitzen, fein was trinken und anschließend den Zimmerschlüssel holen? Also jetzt sind wir definitiv im Finale. Es geht so nach dreieinhalb Monaten. Sprich, am 20. Juli wird so ein Soft-Opening gehen. Dann sperren wir die Türen auf und empfangen die ersten Gäste. Und der große Big Bang, der wird am 3. Oktoberwochenende sein. Also vom 21. bis 24. Oktober, vier Tage lang, wird das der Hotspot von Vorarlberg, und wir werden schauen, dass wir da jede Menge lässige Leute herbringen. Wir haben es gesehen, ja, es ist dieses Jahr fertiggestellt, eine tolle, tolle Geschichte. Am 13. November, ich habe es gesagt, ist dann die Abschlussveranstaltung, die Gala, die dann stattfindet von der Golf Trophy. Was ist da so geplant? Hast du schon etwas, was du erzählen kannst, Günther? Ja, die Abschlussgala, die wird geplant, bevor das erste Turnier beim ersten Turnier abgeschlagen wird. Also es wird eine große Gala geben. Es ist geplant mit Mario Peccararo, ein Pianisten, der da mitspielt. Eine tolle Siegerehrung, eine ganz exklusive Tombola. Es werden die Sieger geehrt. Es gibt spektakuläre Preise auch für die Gesamtwertungssieger. Kulinarisch werden wir von Ernst Seidel verwöhnt mit einem tollen Galamenü. Und das ist auch alles kostenlos für alle, die sich da für diese Gesamtwertung qualifizieren. Das klingt spannend und es geht ja noch ein Malchen, aber es ist sehr interessant. Und wir freuen uns schon alle auf diesen Schluss-Event. Ja, Richard, du hast ja nicht nur für diesen Golf-Club da einiges getan, sondern eine ganze Bewegung entstanden da im Golf in ganz Vorarlberg. Und dazu schauen wir jetzt noch einen kleinen Clip an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, die ganze Golfbewegung in Vorarlberg, dass der ganze Golfbund entstanden ist. Richard, wie würdest du die Situation heute einschätzen? Wie steht es um den ganzen Golf, die ganze Golfbewegung hier in Vorarlberg? Ich glaube, dass Golf jetzt einen viel breiter akzeptierten Status hat, dass das nicht mehr als elitär angeschaut wird. Der Park ist zwar ausgezeichnet im Detail, aber nicht elitär. Es sind auch alle willkommen, auch Nicht-Golfer sind willkommen. Aber die generelle Situation ist schon so, dass insgesamt die Anzahl Golfer nicht dramatisch steigt und man mit Golf nicht reich werden kann, mit einem Golfpark. Sondern es ist eher eine Infrastruktur für die Heimat, die insbesondere nach wie vor in keinster Weise unterstützt wird, zum Unterschied von anderen Sportvereinen. Und daran leiden natürlich die Golfparks, die vor allem in Randbereichen sind und nicht eine derart hohe Frequenz haben. Weil die müssen entweder entscheiden, dass sie die Qualität senken oder mitunter sogar so bedroht sind, dass sie in Existenznöte kommen. Und das wird schon ein Problem in der Zukunft werden, denke ich. Ja, der ganze Unterhalt kostet natürlich sehr viel Geld. Ich habe einen Stich vor, dass du gesagt hast, dass ich noch aufnehmen möchte. Und zwar elitär, Günther. Ich glaube, das ist auch etwas, was du mit der Golf-Trophy auch ein bisschen rapportieren möchtest. Golfen ist für jedermann da. Also nicht diese elitäre Geschichte, dass das nur die Besseren können, sondern dass alle es tun können. Also bei uns bei der Golf-Trophy ist natürlich jeder Spieler herzlich willkommen. Egal, ob er Handicap 45 hat oder Handicap 2, bitte mitspielen. Man braucht auch keine Beziehungen, um einen Stadtplatz zu ergattern. Es ist für jedermann offen. Es darf jeder teilnehmen, ob er aus Lichtenstein, Schweiz, Deutschland, Österreich kommt. Wir haben schon einige Anmeldungen, die von weiter her kommen. Aus innerer Österreich, die mitspielen wollen und und und. Also es gibt zeitweite Kreise. Und das Ziel ist auch eben dieser Golfsport auch breiter in die Öffentlichkeit, für alle Schichten da auch wirklich den Zugang zu ermöglichen. Natürlich. Also dazu wird auch bei uns dann im Indoor-Studio auch die Möglichkeit dann auch geschaffen, dass Leute oder Familien kostengünstig auch ein wenig den Golfsport kennenlernen. Ich glaube nicht, dass ein Indoor-Studio die Parklandschaft ersetzen kann. Golf macht Spaß, wenn man sich in der Natur bewegt. Ich glaube, dass das eine gute Ergänzung ist. Aber dass es eine sehr gute Einstiegsdroge sein kann, um diesen Golfsport auch zu verfallen. Und ich glaube, da bin ich sehr optimistisch, dass wir da im Land Vorarlberg, wo wir so tolle Golfplätze haben und gesegnet sind von der Natur und von der Vielfalt, auch der Artenvielfalt der Golfplätze, dass wir das weiterhin sehr unterstützen können, auch in Zukunft. Das Golf-Studio als Einstiegsdroge, das braucht Richard und ich nicht mehr. Du bist schon der Droge-Golf-Verfallen. Man spürt das richtig Gehen von dir. Trotzdem die Frage, warst du schon mal im Golf-Studio? Ja, war ich auch schon. Ich finde es eine sehr gute Ergänzung, weil auch wenn wir von Mitte Februar bis November, manchmal sogar Dezember spielen können, so bleiben dann doch noch irgendwelche drei Monate, wo man nicht nichts tun will. Und nicht nur das, es kann auch mal sehr schlechtes Wetter sein, auch unter dem Jahr. Es ist gut, weil man verschiedene Golfparks spielen kann rund um die Welt. Nicht jedem ist das möglich. Also ich denke, es ist eine sehr gute Ergänzung des Angebots. Ja, Günther, ich habe es am Anfang erwähnt, bald geht es los. Am 24. Mai ist geplant, oder ist geplant, findet das erste Turnier statt. Aber die ganze Corona-Situation, die beschäftigt uns und dich natürlich auch. Und was habt ihr da geplant? Also grundsätzlich ist mir eines ganz, ganz wichtig, dass jeder Golfspieler gesund zu uns zur Trophy kommt und auch wieder gesund nach Hause geht. Wir werden alle Maßnahmen setzen, dass es wirklich kein Risiko gibt. Jeder, der nach der Runde zurückkommt zum Essen, muss getestet sein, damit er auch bei der tollen Clubwirtschaft auch das Essen nehmen und konsumieren kann. Wir werden viele Sachen einfach schauen, die Siegerehrung zum Beispiel dann gesammelt machen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit bekommen haben vom Golfclub Frankweil und von Marno Gasser, dass wir das Turnier an zwei Spieltagen durchführen können. Das heißt, wir werden am 24.05. das Turnier durchführen für alle, die in Vorarlberg sind. Und falls die Grenzen geschlossen sind, haben wir einen Zweittermin am 24.07., wo unsere Golffreunde aus Lichtenstein, Schweiz und Deutschland dann bei uns spielen können. Das Turnier wird zusammengefasst zu einem Turnier und es gibt einen Tagessieger in jeder Kategorie. Und wir haben da dank der Flexibilität einfach ein Novum geschaffen, dass wir aus zwei Turniertagen ein Turnier machen. Und das ist einfach auch für die Chancengleichheit der Teilnehmer ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Das heißt also, die, die nicht kommen können oder die nicht kommen wollen, die haben die Möglichkeit, im Juli dann das Turnier ganz normal zu spielen. Die Bedingungen sind dann vielleicht anders, aber das gehört ein bisschen dazu, logischerweise. Das gehört, Autorsport, das ist immer so. Wind hast du angeteilt. An einem Tag, an einem Tag ein Wetterumschwung, wo einmal vielleicht ein Gewitter kommt oder vielleicht der Wind einsetzt. Also ich glaube, in unserem oder in dem Niveau, wo wir spielen, ist das einfach sehr, sehr fair. Im Gegenteil, es ist sogar fairer, dass jemand, der sonst nicht die vier Turniermöglichkeiten hätte, dass er so spielen kann. Also mit diesem Zweittermin und der Flexibilität vom Golfclub Rangweil haben wir jetzt da diese Möglichkeit bekommen. Und das freut uns natürlich sehr. Es unterstützt uns auch, dass wir keine Turnierabsage machen müssen. Wir wollen dieses Turnier spielen. Wir wollen uns auch nicht durch Covid den Kopf in den Sand stecken und absagen. Wir wollen das durchziehen und ein bisschen auch gegen die Pandemie so ankämpfen. Das ist eine wunderbare Werbung, die du machst für dein Turnier, was auch richtig ist. Aber trotzdem schauen wir jetzt zum Schluss noch kurz den Clip des der Gold Trophy an. Und das ist so schön von mir. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt hoffen wir, dass wir wieder viele Golffreunde da draussen ein bisschen bewegen können, dass sie dann auch mitmachen bei der Golftrophe. Du hast schon sehr vieles erwähnt. Ja, Rangwahl ist ja ein Golfplatz oder ein Golfpark. Da wird sehr viel gespielt, sehr viele Turniere gespielt. Nicht nur die Golftrophe, sondern auch andere Turniere. Ja, das ist richtig. Wir haben ganze Turnierserien, insbesondere die Neunloch-Turniere sind sehr gefragt, weil viele arbeitstätig sind und sich nicht einen ganzen Tag freinehmen können. Das ist der Vorteil für die, die spielen. Aber gleichzeitig ist es auch gut, weil damit verschiedene soziale Zwecke unterstützt werden, wie zum Beispiel Netz für Kinder oder die Turnierserie der Stiftung Jupident, was uns besonders freut. Wir sind bereits wieder am Schluss der Sendung. Es hat sehr viel Spass gemacht. Wir freuen uns schon riesig auf das erste Turnier und vielleicht können wir dann dich auch noch mal begrüssen. Wer weiß, am 24. Mai. Das ist es gewesen mit dem ISG Golf Talk für heute. Ich hoffe, es hat euch ebenso viel Spass gemacht. Bis zum nächsten Mal und machen es gut.